Willkommen hier zu einer weiteren Folge FIFA Mobile 21 und ja, also jetzt auf jeden Fall noch ein kurzes Video und zwar wir wollen heute mal wieder ein bisschen das Öffnen an den Packs, das habe ich geplant, mehr auf jeden Fall nicht. Wir haben hier erst nur zwei Belohnungen glaube ich noch so, die wir hier auf jeden Fall noch uns abholen können. Und ja, hier und hier, nur mal hier die letzte Belohnung, tägliche, okay, ich glaube den Bonus, was haben wir hier noch, können wir ganz schnell auch noch mal abholen, glaube ich, das kann man schon mal machen, Skill Boosts, okay, kann man machen, jetzt nichts Besonderes auf jeden Fall und ich glaube hier beim, ich glaube, hier war das genau, in diesem Herbstfest Event und wir wollen hier, das war glaube ich hier Transferfenster, das waren jetzt 25 Packs, das ist das einzige, was ich jetzt hier vorhaben, ich würde sagen, wir fangen direkt an, ich habe jetzt keinen Bock, hier wieder so ein 8 Minuten Video zu schneiden oder so ein 10 Minuten Video und noch länger, so, wir fangen direkt an, 95er, sehr schön, ich habe vorne, ich kann am besten mal einblenden, 109er gezogen, privat mal ein paar Packs geöffnet, ist sehr, sehr heftig auf jeden Fall, ist aber nur so 500.000 wert, also nichts Besonderes oder so, genau, geht weiter hier, 104er Davis, okay, okay, ich glaube, wir haben jetzt hier leider noch Münzen, ist ein bisschen schade, aber ich glaube so 3 Packs noch, haben wir einen garantierten Spieler, hoffen wir, dass wir ein paar, oh krass, 1,75 Millionen Münzen, dass wir ein bisschen was durchcyceln können hier, okay, wir bekommen schon mal Williams, ähm, wir können es glaube ich nur noch, äh, hart und, ne, 3 Spieler sind es noch, mit 100 oder weniger, schade, ist ein bisschen schade, Leute, so, machen weiter, Pred, sehr gut, okay, einen garantierten Spieler haben wir schon bekommen, sehe ich gerade, alles gut, ähm, genau, wir gehen ein bisschen schneller durch, 97er, das ist sehr gut, das müssen wir den 99er bekommen und den 100er, dann haben wir schon mal den 105er, garantiert, wenn wir jetzt hier noch zweimal, äh, noch zwei Spieler ziehen, ich bin mal gespannt, gönnen bitte, nur Trainings-EP, ja, okay, aber ich will auch diesen Video aller Packs öffnen, das ist auf jeden Fall ganz klar, ähm, es geht wohl leider nur, schade, joa, ich würde sagen, es geht weiter, wir machen alles ziemlich schnell jetzt hier durch, äh, Münzen, also es ist krass, 1,75 Millionen Münzen, ne, es ist krass, das kann man schon mal machen, würde ich sagen, und, so, okay, jetzt leider nur noch Trainings-EP, kann man schon mal machen, aber es ist auf jeden Fall nicht ganz so nice, okay, Herbstfest, ähm, Münzen, äh, nicht Münzen, auch hier die Dingers, Trainings-EP waren es glaube ich gerade wieder, hab den Namen gerade vergessen, so, ähm, Joe Hart, ja, okay, werde die auch verkaufen, okay, wir kommen mal zum garantierten Spieler, bin mal gespannt, sehr schön, let's go, okay, ähm, Wepu, sehr schön, äh, jetzt können wir, was, wir haben nicht nur noch Ziger gezogen, krass, ähm, jetzt können wir, wenn wir jetzt hier den Pröpa noch ziehen, dann, äh, bekomme garantiert mindestens 107er, ich bin mal gespannt, Leute, das kann auch noch was werden, ich bin mal gespannt, gönnen bitte mal, ja, sehr gut, jetzt bekommen wir auch, wir haben garantiert gleich 107er, Soweit ich weiß, wenn ich mich nicht geirrt hab, ähm, ja, okay, oh, was, Galazaro, äh, ja, Junge, ist das krass, Alter, jetzt bekommen wir garantiert einen 108er, okay, dann würde ich sagen, können wir gleich mal ein bisschen was verkaufen, und, joa, gönn bitte mal, oh, 110er, Alter, das kann ich nicht glauben, ne, das ist krass, WTF, ich glaub, ein normaler Fall, also, ich hätte normalerweise ein bisschen, ein bisschen mehr rumgeschritten, aber gerade so, schon ein bisschen später, wo ich grad aufnehme, also, jetzt kann ich leider nicht so viel rumschreien, joa, okay, nur 10er, ey, das ist krass, ne, das heißt, bekommen wir einen garantierten Spieler, genau, ja, minus Spielboosts, aber, ja, ich hab echt krass für gezogen, ne, das ist wirklich heftig, ich glaub, ich hab echt Lack, äh, gehabt, ne, also, ich glaub, diese Spieler sind nicht irgendwie fast garantiert, dass ich die ziehe, ähm, ich hoffe mal, dass wir noch diesen 108er ziehen, dann haben wir garantiert den letzten Spieler, ne, okay, okay, letzte Chance, dann, ich glaub, letzte Chance, das ist, glaub ich, das letzte, letzte normale Pack, okay, gönn, ne, schade, ach, man, oh, jetzt bekommen wir wahrscheinlich diesen Dimitrovic, 108er, oder 112er kann theoretisch auch sein, aber ich denke mal, das wird dann ein Torwart sein, gönn bitte mal, let's go, 3, 2, 1, und, ja, sehr schön, 08er, das find ich sehr, sehr gut, ich will sagen, wir machen mal ein Pack auf, einfach so, wir haben auch eine Chance, die 112er zu ziehen, den Großargentin, und, let's go, es geht los, 3, 2, 1, letztes Pack wahrscheinlich, und, ja, es geht, wo ist es, schade, an sich hat das natürlich sein können, und wir machen am besten gleich, äh, mal weiter mit diesem, äh, Pfad, okay, oh, ich kann nicht mehr reden, sorry, so, okay, den Pfad auf jeden Fall mit dem besten, bisher das Video, ähm, hab ich bisher, glaub ich, äh, angecutt, also, ich hab bisher nicht geschnitten, ähm, ich werd auch bisher nix wegschneiden, ich hab mich bisher nicht wirklich, äh, versprochen, zumindest nicht so schlimm versprochen, dass man das machen müsste mit Cutten, okay, wir haben hier nochmal die Transferpunkte, finde ich ganz gut, sehr schön, ähm, aber wenn noch ein extra Video zukommen, da hab ich's nicht, irgendwie Bock da nochmal, um das Video reinzustellen, zu stecken, so, ähm, ja, let's go, das Splitter, nehmen wir gerne mit, da wird auch bald mal ein Upgrade kommen, und, wie weit können wir jetzt hier uns das abholen, weiß ich grad gar nicht, ähm, krass, ne, also haben wir ja fast den Pfad für durch, ne, ne, aber, mal gucken, 3000, äh, über 3000, genau, 3200 Punkte, wo, ich würd sagen, das war's, ähm, ähm, ist auf jeden Fall nice, wir können nochmal ein paar Spiele verkaufen, mach mal nicht in diesem Video, weil ich da nicht Bock hab, da noch was zu cutten, ähm, ich hab das maximal 1-2 Sachen ausgeschnitten, aber mehr auf jeden Fall nicht, und ich würd sagen, das war's, und bis zum nächsten Mal, ciao! , bis zum nächsten Mal, ciao!